Nächste Übung ist zwei Punkte. Ich sage es dir, ich helfe dir heute. Wenn du zu Hause musst, musst du das alleine machen. Wir machen das ganz einfach. Wir spannen die Hand, fühlen über die Kniegelenke, sag ich mal, und die Muskulatur in den oberen Schenkel. Füße bleiben weg von der Bar. Und das ist der Ende der Dinnung. Und die Kniegelenke, die Kniegelenke, schlafen sie, ab und ab. Okay.